Hallo Paul, wir sind bei der Backend Talks. Du hast gerade einen Wahnsinnsauftritt hingelegt. Also es war wirklich ganz, ganz toll. Es ging um Google Ads und zwar automatisierte Google Ads. Mir ist der Mund offen geblieben, weil ich habe zwar den Kurs jetzt gemacht, aber das wusste ich auch nicht. Meine persönliche Frage ist einmal, du bist jetzt 30. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ja, also als erstes Mal vielen Dank. Sehr nett, es freut mich, dass es dir gefallen hat. Also ich habe bereits studiert, habe mich dann relativ früh spezialisiert eben auf Marketing. Mich hat immer schon die ganzen digitalen Sachen sehr interessiert. Habe dann die zwei Sachen verknüpft quasi, Marketing, Digitalisierung und bin halt in Richtung Digital Marketing gegangen. Also klassischer Anfang, die ersten Praktika im Bereich, in verschiedenen Bereichen. Angefangen hat es mit SEO, also Suchmaschinenoptimierung. In Wien oder wo hast du das gemacht? Genau, das war in Berlin. In Berlin? In Berlin und in München, genau, waren die Praktika. Habe aber in Wien studiert. Und natürlich die erste Blutgelekt quasi in dem Bereich. Habe mich voll interessiert. Und habe dann irgendwann gemerkt, naja, ich will wirklich diese Tools, die es da gibt, um Leute zu Kunden zu machen, auch wirklich beherrschen. Das ist jetzt in meinem Fall sehr viel Google Ads, aber es gibt sehr, sehr viele Tools da draußen, die sehr spannend sind. Facebook zum Beispiel. Und ja, ich wollte einfach wirklich gut beherrschen. Und ich glaube einfach, dass es nach wie vor ein irrsinnig, irrsinnig großer Zukunftsbereich ist, wo sich auch in den nächsten Jahren auch irrsinnig, irrsinnig viel tun wird. Und wir sind auch gerade erst am Anfang. Die Möglichkeiten sind ja unlimitiert in der Hinsicht. Ja, und also, was mich jetzt persönlich auch noch interessieren würde, ich habe sehr viele Freunde, die kleine Startups haben. Ich habe Freunde, die haben gut gehende Unternehmen. Ab welchem Bereich oder ab welchem Limit würdest du sagen, macht das Sinn überhaupt, so Google Ads, automatisierte Google Ads zu schalten? Genau, also es kann wirklich schon mit einem minimalen Budget anfangen, je nachdem, welches Produkt man hat. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen wieder ein Angebot gemacht für ein Startup. Die haben wirklich nur ein einziges Produkt und wollen das auf Google Shopping präsentieren, auf Google Shopping verkaufen. Die haben ein Budget von 300 Euro, haben halt nur ein Produkt. Das geht genauso. Wir schlagen immer vor, Media Spend oder Click Budget sollten so 600 Euro sein, damit man anfangen kann. Das geht auch. Da kann man wirklich auch Google Suche machen und auch bei einer Schalten. Also Display-Netzwerk, idealerweise hat man 1000 Euro, aber wie gesagt, mit 600 Euro kann man schon richtig gut arbeiten. Im Idealfall hat man natürlich auch wen, der man vor allem am Anfang unterstützt beim Setup. Und dann ab einer gewissen Zeit kann man das auch wahrscheinlich alleine machen, wenn der Account mal aufgesetzt ist und der funktioniert. Weil, wie du gesagt hast, mit Automatisierung funktionieren die Prozesse, wie welche Keywords werden verwendet, wie hoch bietet man für das Keyword schon automatisiert. Und dann kann man auch schon relativ viel selber machen. Und das kann man auch relativ schnell lernen, glaube ich. Das heißt also, auch für eine kleine Firma würde es Sinn machen, an euch heranzutreten und zu sagen, ich habe ein Produkt, ich würde das gerne verkaufen, ich weiß nicht wie. Und das wäre aber auch noch eigentlich, so wie ich das verstanden habe, leistbar. Richtig? Ja. Ja, auf alle Fälle. Vor allem, wenn du Produkte verkaufst, ist Google sehr stark, weil die Google-Suche ist ja intention-based. Das heißt, man tippt ja ein, was man wirklich auch will, was man finden will. Und wenn das ein Kauf ist, tippt dann wahrscheinlich auch ein Kaufen ein in die Suche. Das heißt, wenn man da eine Shopping-Anzeige schaltet, für anzukaufen, ist natürlich ein sehr, sehr guter Weg. Ich würde jetzt nicht sagen, Google ist immer die beste Plattform, weil es gibt ja auch andere große Plattformen wie Facebook, was natürlich sehr, sehr gut funktioniert im Bereich Branding. Man geht nicht auf Facebook, um Sachen zu kaufen, dann nimmt man eher Google, weil Google tippt man ja Sachen schon ein. Aber Google ist halt mittlerweile so ein großer Spieler geworden, die haben so viel Touchpoint, so viel Daten, dass es natürlich schon viel Firmen Sinn macht, einfach mal auch mit einem geringen Budget irgendwas zu machen. Sei es jetzt Banner, sei es jetzt in der Google-Suche oder sei es jetzt auch nur Google-Shopping. Also es macht schon für kleine, kleine Firmen Sinn. Wie gesagt, man kann schon wirklich um 300 Euro im Monat Banner-Anzeigen schalten und mal zumindest die Brand-Awareness pushen, dass einfach Leute in Wien wissen, dass es mich gibt. Als kleiner Store geht das, das geht als Firma, die ein physisches Produkt verkauft. Und es geht genauso für Firmen, die Online-Produkte verkaufen und dort Leute in Wien targeten wollen. Man kann das targeten in Wien bis auf den Bezirk herunter. Wahnsinn. Also ich finde es super und ich würde auch meine ganzen Freunde, die Start-up-Unternehmen haben, einladen, das zu tun, weil das ist ein geringer Aufwand und es bringt sehr, sehr viel, ganz offensichtlich. Ja, aber die nächste Frage ist für mich, wie glaubst du, entwickelt sich das alles in der Zukunft, wie geht das weiter, wo gehen wir hin? Ja, das ist eine super Frage. Da habe ich mich auch schon viel beschäftigt damit. Und die erste Antwort wäre mal, es wird immer spezialisierter. Das heißt, in der Zukunft wirst du wirklich Leute brauchen, die spezialisiert sind auf ein Tool. Das ist in dem Fall eine Person, die nur Google Ads macht. Einfach, weil das mittlerweile schon so, so, so umfangreich ist. Und man merkt das wirklich erst, wenn man selber täglich damit arbeitet, wie kompliziert das Warn ist mittlerweile. Der zweite Schritt natürlich sein, dass man immer mehr Algorithmen nimmt, AI nimmt, die einem helfen, einfach gewisse Sachen zu erledigen. Wie wir im Vortrag gesehen haben, Smart Display zum Beispiel, man einfach die Power nimmt, die Google schon hat, und das auslegt auf Display-Produkte zum Beispiel. Und es wird auch dann so sein, dass der User dann wirklich da abgeholt wird, wo er gerade ist. Und ich rede jetzt nicht nur von Werbung auf Homepages, sondern digitale Werbung jetzt zum Beispiel auf riesengroßen Billboards, die draußen sind. Das heißt, wenn ein User gerade auf der Marilfahlstraße vorbeifährt, weiß man anhand von seinen Daten, von seinen User-Daten, der hat ein Android-Gerät, der fährt gerade da vorbei und sieht dann eine Werbung, die zu ihm passt. Das heißt, in der Minute wird gerade die Werbung geschalten, was zu dem User passt. Das gibt es in der Form schon, vor allem im Dispo-Bereich, das nennt sich Programmatic Advertising. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr zielgruppengenaue, also nicht nur zielgruppen, sondern personagenaue Werbung, wo der komplette Banner angepasst wird auf dich als Person. Das heißt, den Banner siehst du anders, weil du ein komplett anderes Konsumverhalten hast wie ich. Und das wird genau so angepasst, dass es im richtigen Moment, zur richtigen Zeit ausgespielt wird, wurscht wo. Das kann jetzt auf einem Billboard sein, auf einem Taxi, weil vorbeifährt oder auch auf deinem Smartphone, zukünftig auch Smart-TV, ja, wir leben in einer Zeit, wo alle vernetzt ist. Es ist, ja, 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 es ist ein bisschen spooky, aber es ist die Zukunft und es macht halt auch Sinn, weil der erste große Vorteil, Offline-Online-Werbung ist ja der, dass man online... Okay, gut, den Sinn für die Verkäufer oder für die Unternehmen habe ich schon verstanden, ja. Macht das, was macht das für einen Sinn für die Käufer, dass sie jetzt ganz gezielte Werbung anbekommen, oder... Ja, also natürlich, das ist immer die Frage wiederum, ja. Das ist die Frage, ne? Weil natürlich bringt es dir als User schon was, wenn du wirklich Werbung ausgespielt bekommst, die zu dir passt. Aber zur selben Zeit wäre es auch, glaube ich, okay für viele User, wenn sie überhaupt keine Werbung bekommen und nicht immer diese Kaufimpulse bekommen, ja, von den Firmen, ja. Und mittlerweile sind ja, also Daten sind das neue Gold, das kann man wirklich so sagen. Daten kosten was, die kann man kaufen, desto besser das sind, desto teuer sind die. Und Big Data ist mittlerweile schon da. Man kann jetzt vielleicht noch nicht die ganzen Verbindungen machen, weil sie es möglich werden. Aber das wird in der Zukunft ganz, ganz sicher kommen, weil einfach die Firmen, Google, Facebook, Microsoft, die haben einfach so eine große Bauer- und Rechenkraft, dass es früher oder später einfach kommen wird. Und so einer gewissen, ja, und auch muss wahrscheinlich, ja. Vielen Dank, weil das ist auch gut zu wissen, ja, damit auch die User damit umgehen können. Ja, ja. Ich denke mir mal, wenn man es weiß, ist es okay. Man kann ja dann immer kaufen, was man will. Das ist ja die eigene Entscheidung. Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Die Endentscheidung ist immer beim Konsumenten. Ist immer beim Konsumenten, aber man muss sich schon bewusst sein, was im Hintergrund abgeht und das ist auch okay so. Man muss sich bewusst sein, dass Firmen einfach um ihren Konsumenten kämpfen und dass du zu einem gewissen Grad natürlich bewusst manipuliert wirst, deren Produkt zum Kaufen, ja. Mit verschiedenen Mitteln. Auf Facebook, Google Ads und so weiter. Ich glaube, es hört uns kein Mensch mehr zu und wir gehen jetzt an die Bar. Danke.